Attila Kassas, T.I.K.S.A., war ein ungarischer Schauspieler und Synchronsprecher, Leben und Karriere. Kassas ging 1983 von der Film- und Schauspielschule Budapest ab und war ab 1984 15 Jahre lang Ensemble-Mitglied des Budapester Wixt in Hatz. Nach vier Jahren Tätigkeit als freier Schauspieler wurde er für das neu gegründete Ensemble des neuen ungarischen Nationaltheaters engagiert. Er spielte zahlreiche Shakespeare-Rollen, gab den Faust und übernahm auch in Musicals und Rock-Opern tragende Rollen. Vier Tage vor seinem Tod fiel er in Folge eines Schlaganfalls vor einer Vorstellung in ein Koma, aus dem er nicht mehr erwachte. Attila Kassas spielte Rollen in über 35 internationalen Kino- und Fernsehproduktionen. Filmografie 1985 Wie spät ist es, Herr Wecker? 1987 Absturz 1988 Titanien oder die Nacht der Doppelgänger 1992 Süße Emma, Liebe Böbe 1993 Prinzenbad Jan mijn Titulz Mär实ret